Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um den Gewinner oder die Gewinnerin des Giveaway Videos der Convoy S21A. Das ist das gute Stück hier. Und wenn ihr wissen möchtet, wer der Gewinner oder die Gewinnerin ist, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht es direkt weiter. Ja, hier habe ich nochmal die Convoy S21A mit einer Nischia 519A LED. Ich bin jetzt gerade in der niedrigsten Leuchtstufe. Ca. 1300 Lumen, 5000 Kelvin. Wer Interesse an dem kompletten Review der Lampe hat, dem verlinke ich das mal hier in der Videobeschreibung. Der kann da gerne mal nachschauen. Ja, heute möchte ich halt den Gewinner ermitteln. Und das machen wir jetzt mal mit Hilfe einer Handy-App. Die habe ich mir runtergeladen. Und zwar habe ich jetzt hier den Link vom YouTube-Video schon hier eingetippt. Jetzt gehen wir mal hier auf Video finden. Jetzt können wir es sehen hier oben. Das ist das Thumbnail des Reviews der Convoy S21A. So, Gewinner, wo wir einen ermitteln. Was haben wir hier noch zu beachten? Jedes Kommentar auswählen. Kommentieren nur einmal auswählen. So, jetzt werden wir das Giveaway starten. Und ich wünsche jetzt schon dem Gewinner oder der Gewinnerin viel Spaß mit der Lampe. So, mal gucken, was passiert. Drei, zwei, eins. Und gewonnen hat... Fanatik XXX. Ja, ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch. Wenn du das Video anschaust, kannst du dich natürlich gerne bei mir melden. Ich würde sagen, den Rest machen wir dann per E-Mail. Ja, deine Adresse gibst du mir dann durch. Und dann schicke ich dir die Lampe umgehend zu. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und viel Spaß mit der Taschenlampe. Ich habe mir übrigens was überlegt. Und zwar habe ich ja mittlerweile um die 2.900 Abonnenten. Und sobald ich die 3.000 Abonnenten geknackt habe, werde ich wieder ein Giveaway-Video starten. Und zwar werde ich dann auch etwas Hochwertigeres verlosen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich ein Messer verlose oder eine hochwertige Taschenlampe im Wert von über 100 Euro. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt. Also je schneller ich die 3.000 Abonnenten zusammen bekomme, desto schneller habt ihr die Möglichkeit, ein wirklich hochwertiges Produkt von mir zu gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Ja, ich würde sagen, das soll es auch für heute schon gewesen sein. Und ihr hört wie immer von mir. Macht's gut. Ciao, ciao. Boって is euch an W debuATH five buddy. Bo bl col 거. Boa. 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 Vielen Dank.